Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Draw Minecraft. Ich bin ZeldaRacedKing1704. Und das ist jetzt Part 29 und ich spiele heute wieder mal mit Rathos. Hey Leute! Ähm ja, also er hat jetzt einiges auf dem Server gebaut. Also ich komme gerade nicht dazu, weil ich halt auch sehr viel außer Haus bin. Aber er kann jetzt hier auch bauen, weil ich den Server halt sehr oft anlasse. Und ja, wir haben endlich Ferien! So, wenn ich zeigen, fangen wir gleich mal an. Yo! Dann fangen wir auch gleich mal an. Hier mit einer neuen Agentur. Nämlich für... also der Innen- und Außenarchitekt. Rathos 2010. Bester Architekt im Vogelgesang. Und in der ersten Woche 20% auf alles. Also wenn ihr... Wow! Fail! Wenn ihr euer Haus umgestalten wollt oder ein neues Haus wollt... was mit meiner Maus los? Das ist doch mal episch. Wie was mit meiner Maus sagt? Also wenn ihr ein neues Haus wollt oder es, ja, umgestalten wollt... Dann ja, geht einfach zu ihm. Meldet euch bei ihm. Und ja, er baut es euch dann zu nem relativ guten Preis. Und ja, er ist jetzt der Architekt. Ich bin hier der Immobilienmarkner. Und ich hasse meine Maus. So, ich würd sagen, dann gehen wir weiter nach Hoewigshafen. Da haben wir nämlich auch noch was Schönes gebaut. Und... ja. Meld bei Rathos 2010. Ähm, Schleichwerbung. Ähm. I hate my Maus. Irgendwas mit der Los. Ah, fliegen wir einfach in anderen Dixhafen. So, bleib mal aus. Ah ja, bei deinem. Jo. Also ihr seht, hier hat sich was getan... Oh. Ah, ihr seht, Fox News, Minecraft Forever. Ähm, ich habe ein neues Plugin installiert. Dessen Namen ich jetzt gerade eben vergessen habe. Das liegt an der Aufnahme. Ähm. Ja, auf jeden Fall, er hat mir diese Küche gestaltet. Ah ja, Automessage heißt es. Was ist mit meiner Maus los? Ich will kurz was. Und das komplette Haus. Geht's jetzt wieder? Naja. Also er hat mir hier komplett alles innen gestaltet. Natürlich auch einen schönen Betrag von mir bekommen. Zum Beispiel mein Schlafzimmer. Ein paar Betten, Surround-Anlage und einem etwas größeren Fernseher. Der auch in allen Räumlichkeiten hier steht, wie auch hier im Wohnzimmer. Und auch im Gäste-Schlafzimmer. Ich liebe Hightech. Sagen wir so. Ähm, ja. Natürlich Surround. Ja, also das war's jetzt so hier von der Inneneinrichtung. Türen gerade offen lassen oder... Ja, egal. Egal. Jo, dann gehen wir hier nach links weiter. Hier hat sich auch einiges getan. Hier geht's zu Rathos 2010. Also er hat diesen Tunnel einfach mal aus Langeweile gebaut. Und ja. Weil ich keine Zeit hatte, den Weg zu vollenden. Ihr seht da schon etwas. Anwesend von Rathos. Wir treten strengstens untersagt. Ja, ich würd sagen wir gehen einfach mal rein. Hehehe. Okay. Und... Und... Und ja, er hat hier ein paar Chests. Es ist groß, sehr groß. Das ist sozusagen ein Baumhaus. Und hat hier eine richtig fette Anlage, die auch nicht gut aussieht. Helder, du hast ja noch mehr Boxen reingemacht. Ja, ja. Die kleine Privatwohnung hier auch ausgeräumt und hier rein. Ja, ja, stimmt. Episch. Auf jeden Fall, dann hat er hier seinen Esstisch. Hier so eine Küchentheke. Und hier seine Küche. Auch mit tollem Kühlschrank, den ich übrigens auch hab. Sicher alles von ihm. Und... Ja. Das Haus sieht geil aus. Auch mit diesen Glasscheiben. Oh ja, dein Schlafzimmer hätte ich fast vergessen. Ich würd noch das Dach zahlen. Machen wir auch gleich. Hier also ein Schlafzimmer. Hier noch ein paar Boxen. Noch ein ganz kleiner Fernseher. Ähm, klein. Und ja. Da würd ich sagen. Hoffen, dass man nicht in den Baum spawnen. Ja, es geht. Auf jeden Fall aus seinem Dach hat er ein bisschen was gepflanzt. Und ein bisschen, ja. Fox News werden den Griefer schnackt bekommt 100.000 Euro. Äh... So jetzt. Er hat hier einen epischen Baum gepflanzt. Er hat nämlich in der Baumkrone immer das mittlere rausschlagen. Er hat einen Erdbuck und noch ein Zeppling rein. Und mit der Zeit sind die sogar verwachsen. Und das sieht ein bisschen episch aus, finde ich. Wollen wir mal von weitem gucken. Wollen wir mal Tastatur. Ist halt ein Baumhaus. Nein, klein. Man ist halt ein kleines Baumhaus, so wie man es halt hat. Klein. Ja. Ah, hier sieht man es ganz gut. Ach, und noch etwas. Das wollte ich euch noch sagen, weil es einfach so funny ist. Ähm, Rathos hat, ähm, hat heute aus Versehen, aus Versehen seine Laptop Tastatur gearrscht. Erzähl du es einfach mal. Ja, also, ähm, äh, bei einem grönen Gespräch hier mit Rayskill, ähm, habe ich ein bisschen an meiner, äh, Laptop Tastatur rum gespielt und habe dabei, ähm, die Enter-Taste kaputt gemacht. Ja, ja, war, äh, war nicht so wirklich lustig. Ich war echt sauer, habe hier meinen Laptop zusammengeschrieben und hätte das Drecksteil gerade an die Wand werfen können. Aber, ähm, nach, nach so gefühlten 20 Stunden ausprobieren, ähm, habe ich es jetzt wieder hinbekommen und die Taste geht wieder. I love Enter-Taste, kann man dazu nur sagen. Ja, richtig, richtig. Die arme Enter-Taste. Und, genau, und dann habe ich auch gleich mal Rayskill voll gespammt, damit ich Ihnen zeigen konnte, ähm, dass es wieder geht. Äh, ja, gefühlt am 2400 Smileys und, ja, das, um, ja, Skype bei dieser Belastung nicht zusammenbricht, also wirklich, das, ja, dachte ich, nicht. Vielleicht noch unser kleines, äh, was sehen mit dem Feuer und vorhin, äh, erwähnen. Oh, ja, das kann man auch noch machen. Ja, äh, zeigen wir gerade das Haus, wo ich abgefackelt habe. Ja, mein Minecraft, das leckt gerade wieder übelst. Ich, ah, am besten ganz langsam, oder? Ich teleport mich einfach zu dir, ja, ich bist schon da. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall dieses Casino, was es mal werden soll, ist aus Versehen abgefackelt und zwar komplett und daneben auch ein paar Laternen. Äh, äh, und schon wieder hat es Minecraft alles aufgehängt. Das passiert halt, wenn man langweilig ist und man sich gleich Feuerzeugen in den Winter hat. Natürlich wieder alles aufgebaut. Und noch ein Kumpel, äh, bei, neben einem Horn und ihn ansch, dafür, zum, äh, Sachen anzünden und ja, passiert halt mal sowas. Fast war, war es auch Cro-Cross House. Hehehe, hehehe. Ja, ah, ja, da ist noch der Steinow ist fast so, um das Feuer zu löcheln. Aber ich hab's gerettet, das Haus, ja, ich hab die Verbindung natürlich unterbrochen. Das ist eigentlich schon. Das hab ich gemacht. Mach du mal weg. Und mit Augen, ja. Holzpickel kann man auch diese, Superpics machen, was ziemlich geil aussieht. Oh mein Gott, wo bist du? Komm schon, Minecraft. Okay, okay. Kohle, 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 oh mein Gott. Was war das? Was? Kohle, 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 Kohle. Woah! Scheiße! Fuck! Go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Topmods, sag ich das so nur. Hehehe. Hast du nicht cool? Ja. Du hast alle getan. Ja, ich würde sagen, weil wir bei dem Partage auch schon bei neun Minuten sind, würde ich sagen, mach mal jetzt einfach Schluss und ja, sag du tschüss. Und dann ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.